Am Samstag wird im heimischen Amateur-Fussball der erste Titel der Saison 2016-17 vergeben. In Leifers in der Sportszone Galicien geht das Pokalfinale der Ober- und Landesliga über die Bühne. Um die begehrten Trophäe duellieren sich zwei Teams, die in der Meisterschaft nicht unbedingt glänzten. Schlusslicht Eppan, was mit aktuell zehn Punkten mit der roten Laterne überwinter wird, fordert den SSV Ahrenthal heraus. Die Veldra haben ihrerseits bis dato 17 Punkte gesammelt und nehmen den neunten Platz ein. Eppan löste das Finalticket dank eines Erfolges in der Dreiergruppe mit Obermais und voran Leifers, während sich Ahrenthal dank eines Halbfinalsieges gegen den Erzrivalen Sankt-Georgen qualifizierte. Am Pfiff in Leifers ist um 14.30 Uhr.